Paterapeute, Beziehungscoach und Coach sowieso und noch einiges mehr und genau nächstes Mal wieder Blog rund um die Themen, Dating, Beziehung, manchmal Spiritualität, meine Liebe und viele andere lustige Themen. Ja, heute soll es mal gehen um das Thema Sturheit und genau, ich wollte noch ein paar Sachen erzählen vorab. Einmal gibt es, haben wir jetzt mal verlängert bis Sonntag nochmal diesen Code Fliegenpilz24, 24% auf meine Angebote, Kurse, wenn du dich noch nicht kennst, rund um Verlustangst, Bindungsangst, neue Bindungsängstlerkurs gilt der Code auch. Ja, Liebeskummer, whatever. Auch diese Parkkurse, wir haben auch so ein Parkkurs. Genau. Und am Februar geht ja auch dann Selbstliebe-Challenge-Advanced und der Ex-Detox-Kurs los. Ja, und dann wollte ich nochmal ein kleines Update machen. Ich hatte ja mal so Videos gemacht, wo ich gesagt habe, boah, da, ja, klar, es hat natürlich jeder YouTuber. Oder, meine, klar, ich jetzt in meiner Position mit so innovativen Angeboten, dass dann Leute sich dran reiben, sage ich mal. Ja, ist so. Und ich hatte ja besprochen, dass es auch mal ein Update gibt. Und tatsächlich habe ich jetzt auch, sind auch einige Sachen jetzt beendet, andere noch nicht. Und an einer Stelle ist aber tatsächlich, dass sowas überhaupt passieren muss, ist ganz schlimm, finde ich. Aber ja, also da ist tatsächlich auch jetzt Anklage erhoben worden durch die Staatsanwaltschaft. Und das heißt, da habe ich schon gar nichts mehr mit zu tun. Das hat der Staat übernommen. Und das muss ich sagen, finde ich echt gut, dass auch für meine Kollegen und Kolleginnen einfach das Internet irgendwie, man kann da nicht machen, was man will. Das ist kein rechtsfreier Raum mehr. Also ganz viele Sachen, also was, was früher, weiß ich nicht, Kriminalität im, ja, im normalen, was weiß ich, was man da gemacht hat, labisch da, keine Ahnung, ist heute halt viel im Internet. Und man, was ich wirklich gut finde, vielleicht ist das auch ein bisschen Zeitenwende, dass solche Sachen eben auch, ja, also, also offensichtlich wird das ernst genommen. Und ja, ich finde das richtig gut und angemessen, weil man kann sich nicht einfach wie die Axt im Wald übernehmen und dann, ja, dann denken, ich habe einfach schlechte Laune und ich mache jetzt irgendeinen Scheiß oder so. Und also mir tut es auch immer leid, auch fast so ein bisschen. Ich kann ja immer alle Menschen verstehen irgendwo auch, dass jeder hat so seinen Frust. Und ich finde es auch schade, ich weiß nicht, dass man seine Energie so aufreibt damit, keine Ahnung, irgendwie blöde Sachen zu machen im Internet oder Quatsch zu verbreiten. Also es ist schade für die Menschen, weil es ist ja nicht gerade hochschwingend, sag ich mal so. Und aber ja, halt, hat halt, also alles im Leben hat seine, hat seine Wirkung so. Und ich muss wirklich sagen, das ist eine Erfahrung, die ich jetzt öfter gemacht habe, weil ich hatte so, also an ganz verschiedenen Stellen, das war jetzt auch nicht nur jetzt irgendwie direkt über YouTube, hatte ich jetzt, weiß ich nicht, vielleicht gehört das auch zu meinem Seelenplan, dass ich mich immer, abgrenzen muss, wehren muss, keine Ahnung, aber ich muss wirklich sagen, sobald man vor, ist meine Erfahrung, sobald man vor Gericht ist, ist alles gut. Also da kommt man an Profis, da habe ich irgendwie noch nie einen Richter, also ich muss wirklich sagen, Richter, also wirklich, ich weiß nicht, was die Zukunft jetzt bringt, aber man sagt ja immer vor Gericht, dass man auf, auf, nee, wie geht da der Spruch, ach, ist aber egal, irgendwas mit hoher Richter und, nee, hoher See und Gericht und ist man Gottes Hand oder so, klar, also man weiß nicht, was rauskommt. Aber ich muss wirklich sagen, ich habe so viel, auch in anderen, wo ich mich mit Leuten auseinandersetzen musste, in irgendwelchen, in anderen Stellen, wo ich mich mit Menschen auseinandersetzen musste, muss ich wirklich sagen, also in dem Moment, wo das aus dieser privaten Trarara und wir versuchen das irgendwie zu regeln und irgendwelche haarsträubenden Sachen, also in dem Moment, wo man gesagt hat, nee, das lassen wir jetzt, das kommt, das geht jetzt vor Gericht. Und, äh, muss ich wirklich sagen, ey, Richter habe ich wirklich oft erlebt, jetzt alles wirklich total fokussiert und durchschauen auch super Bullshit, also ich will euch auch ein bisschen Mut geben, wenn ihr auch sagt, boah, ey, ich werde hier gerade total in Kakao gezogen von irgendeinem Ex oder meine, klar, es ist immer, man muss immer gucken, ähm, ist es das wert und so, das ist natürlich eine andere Sache, ne, aber, ähm, ja, vielleicht, ähm, äh, vielleicht doch, äh, das ist doch oft das wert, ne, und, also ich kann da, muss wirklich sagen, äh, ja, das finde ich gut, also da muss ich auch wirklich sagen, habe ich neues Vertrauen gewonnen in den Staat, äh, und, äh, trotzdem kann ich es immer noch, also was, aber gut, ich weiß nicht, ob ich, kann ich, viele Sachen kann ich wahrscheinlich nie erzählen, aber, ähm, manche vielleicht schon, manche sind auch in meinem Buch drin, also was ich letztes Jahr erlebt habe, das ist einfach, ähm, das ist einfach so out of order, ich weiß nicht, wir haben ja immer Leute geschrieben, äh, ja, jeder hat auch seine Hate, aber ich habe wirklich Sachen erlebt, die, die, die sind so haarsträubend und also haben auch so meine, meine, meine Sicht auf die Menschheit einfach so, äh, 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 noch mal beeinflusst, sagen wir mal so, ich meine, ich finde wirklich, jeder kämpft sich hier durch, ich will auch, äh, äh, keine Ahnung, äh, ich mache schon auch schon viel Quatsch in meinem Leben gemacht, und, äh, mein Gott, jeder macht das, was er hier macht, äh, und, und ich will das auch auf so einer, auf so einer höheren Ebene gar nicht werten, irgendwie, keine Ahnung, vielleicht führen wir ja alle ein verrücktes Spiel auf, aber, äh, äh, haarsträubend, haarsträubend, also, unfassbar, also, das hätte ich nie für, nie für möglich gehalten, was, was es so an, an, an Dingen gibt im Leben, wirklich, äh, aber gut, jetzt kommen wir mal zum Thema, Sturheit, also, ähm, was mir so aufgefallen ist, dass, äh, dass es in, in Beziehungen, die so schief laufen, ähm, ähm, ja, ich will jetzt gar nicht mal sagen, nur toxische Beziehungen, dass da so ein Problem ist, dass einer oder beide Partner, ich will jetzt auch gar nicht sagen, vielleicht könnt ihr mal schreiben, was mehr ein Pluspol, mehr ein Minuspol ist, aber, äh, dass es so eine Sturheit gibt, so, ne, eine Sturheit, äh, vielleicht den Pluspol an dieser Beziehung unbedingt festhalten zu wollen, zu müssen, ähm, Sturheit, könnte man jetzt auch denken, ist wahrscheinlich viel vom Ego, könnte ich mir so vorstellen, ähm, äh, und, äh, ja, aber auch, auch, äh, manchmal so im Minuspol oder in Menschen, die vielleicht, ja, ein bisschen mehr, keine Ahnung, diese Egozentrik manchmal haben, warum auch immer, äh, ja, es auch so eine Sturheit gibt, so an einem bestimmten, völlig verqueren Sichtweisen, äh, festzuhalten, die, äh, ja, wo man einfach, also, und auch alle die ganze Umwelt davon zu überzeugen, dass das die richtige Sichtweise ist, und ich finde es völlig okay, ähm, eine eigene Sichtweise zu haben, und auch, äh, auch da ist es, glaube ich, manchmal so, dass, also vielleicht ist es sogar so im Pluspol, ja, gibt's, die halten stur an der Beziehung fest, aber die halten eben nicht stur an ihrer eigenen Sichtweise fest, da wird sie, also im Pluspol ist es sozusagen total, ähm, ja, ist es, äh, ja, ist es eigentlich, ja, eine Sturheit an einer Beziehung festzuhalten, aber es ist eine Untersturheit, würde ich mal sagen, äh, an seinen eigenen Standards festzuhalten, während es manchmal im Minuspol da so eine komplette Übersturheit ist, es muss jetzt genau, das ist die Wahrheit und nichts anderes, und jeder muss davon überzeugt werden, und, äh, ja, und natürlich, jetzt muss man ganz klar sagen, es gibt keine, ich meine, das ist vielleicht eine harte Erkenntnis, aber es gibt keine, es gibt keine fucking Wahrheit, und eine Beziehung schon mal gar nicht, ne, also, dass es alles ist, wie wir es wahrnehmen, alles ist gefiltert, ähm, ich will jetzt nicht sagen, äh, oder man, man sagt ja immer so, manchmal in der Psychologie, es gibt so, die Landkarte ist nicht die Realität, das ist vielleicht noch, also, wir haben alle unsere Landkarten, aber, ja, keiner kann sagen, wie die Realität genau ist, ne, so, ne, ich meine, das sieht man jetzt auch, äh, ich weigere mich ja weiter, so über das Corona-Thema zu sprechen, aber, klar, kann man darauf sicherlich auch das ein oder andere beziehen, weil ich jetzt da, wie gesagt, ich mache meine Arbeit, und, äh, äh, ich finde den Lockdown super nervig, aber egal, ähm, ist nicht mein Business, aber, ja, also, äh, so eine Sturheit, ja, es, und, es gibt keine Wahrheit, aber man braucht, glaube ich, wenn man erfolgreich Beziehungen führen will, braucht man eine gewisse Flexibilität, dass man sagt, ja, ich erlebe jetzt die Beziehung so und so, aber vielleicht, äh, übersehe ich auch irgendwas, ne, und dann können wir drüber reden, und ich gucke mal, vielleicht nehme ich mir das an, vielleicht nehme ich mir das nicht an, so, ne, es braucht, äh, so eine Flexibilität ist halt weder zu starr, so, dass einer versucht, sich total durchzusetzen, und Schuldumkehr betreibt und, und vielleicht Gaslighting und du bist an allem schuld, und, ja, und, äh, war ja auch gestern in dem, oder ich weiß nicht, wann ich das Video jetzt hochlade, gestern, vorgestern in dem Video mit Sheffy Stahl, ähm, was der, ähm, Damian Richter da gemacht hat, äh, ja, also dieses, äh, also ich brauche eine gewisse Flexibilität und ich kann nicht einfach, auch wenn ich mich zum Beispiel dann jemand weniger liebe oder die Gefühle nicht mehr so da, sondern dem anderen immer die Schuld geben, ja, es ist, weil du, weil du dich nicht duschst, weil du, weil du, äh, keine Ahnung, weil deine Haare zu lang sind, zu kurz sind, äh, weil du, äh, Hemden anziehst, weil du keine Hemden anziehst, das kann man nicht machen, so, ne, das ist, also kann man natürlich machen, aber dann, äh, ja, und so eine Überflexibilität, wie sie natürlich auf dem Pluspro ist, ist das natürlich auch, also, haben wir ja schon ungefähr 387 Mal gesprochen, wahrscheinlich mehr, wahrscheinlich eher 3778 Mal, eine Überflexibilität im Plusbowl, das ist natürlich auch total Käse, ne, das ist, ähm, also, da, da so alles, alles fließt, ich, ich kann alles verstehen, also, das kann für alles, kann man irgendeinen Grund finden, und, äh, das glaube ich auch häufig, wenn man in einem helfenden Beruf unterwegs ist, neigt man da vielleicht mehr zu, ähm, ja, alles, ne, also, das ist, ähm, ja, also, äh, das, das funktioniert auch nicht, ne, weil dann, dann wird man was, fast nicht, wird man einfach durch den Kakao gezogen und, ähm, ja, erlebt auch diese ganzen Sachen, aber das ist tatsächlich eine Sache, wo, wo ich manchmal denke, auch was ich so höre aus Beziehungen, boah, da gibt es manchmal so ein völlig starres Festhalten an bestimmten Konstrukten, also, es muss jetzt dieser Partner sein, oder es muss jetzt, diese Wahrheit, die ich habe, die ist jetzt meine, ganz, also, es ist einfach, es ist einfach meine Wahrheit, und gefälligst haben alle diese Wahrheit zu haben, so, ne, aber so ist die Welt nicht, ne, es ist ein fließendes Konstrukt, wir kreieren auch irgendwo ständig unsere Wahrheit, und wir kreieren unter Umständen sogar ständig unsere Realität irgendwie, und, ähm, kommt auch gerne mal in den neuen, also, Manifestationskurs machen, in eine dritte Runde, dann auch Ende Februar, äh, probiert es gerne mal aus, ach, wird übrigens auch Thema auf Twitch sein, morgen 20 Uhr, twitch.tv, Liebeschip, Schrägstich, Liebeschip, ja, also, äh, es ist alles im Fluss so, ne, aber wenn wir miteinander agieren wollen, mit anderen Menschen, da kann ich nicht einfach so eine völlig, ähm, sture Positionen haben, davon ausgehen, dass meine Wahrheit auf jeden Fall, jede Sekunde komplett stimmt, so, ne, also, das ist einfach, das ist ein Geben und Nehmen in Beziehungen, und, äh, und, äh, ich finde auch, äh, das fällt ja auch vielen Menschen total schwer, man kann sich auch einfach mal entschuldigen, ne, ich finde, es wäre so viel leichter, ähm, auch einige Sachen, die ich so letztes Jahr erlebt habe, wenn da, äh, ich habe, ich habe wirklich haarsträumende Dinge erlebt, von verschiedenen Seiten haarsträumend, aber wenn da jemand mal gesagt hat, boah, wir haben jetzt total daneben gelegen, es tut uns echt leid, und, ähm, das, äh, haben wir total falsch ange, es tut uns echt leid, haben wir falsch angegangen, ey, da werden so viele Sachen, werden einfach gar nicht, werden gar nicht weiter eskaliert, werden, äh, hätte man eine Lösung gefunden, aber dieses so sture Festhalten an bestimmten Positionen, finde ich so nervig, ätzend, und so, so 3D, und, oh, es ist wirklich so, oh, echt, also, und ich glaube, da müssen wir uns alle darauf einstellen, ähm, dass sich alles, also die Zeiten ändern sich, also ob man nun jetzt an 3D, 5D, glaube ich, glaub da auch nicht jeden Tag dran, ich weiß, also, beziehungsweise, das heißt, ich glaube nicht dran, ich glaube schon, dass es so ist, aber habt ihr auch manchmal auch eine Zweifel, aber offensichtlich haben wir eine Zeitenwende, und, äh, weiß nicht, ob ihr das auch gelesen habt, mit GameStop, diese, ähm, diese Aktiengeschichte, oder so Privatanleger, so ein Hedgefonds, da ausgehebelt haben, ich glaube, ich glaube, solche Sachen werden, äh, total zunehmend, dass, ähm, ja, also, äh, dass die Dinge sich ausgleichen, so, und nicht mehr die Macht irgendwie nur bei ein, äh, bei einigen Menschen liegt, sondern, äh, ja, es wird sich alles ausgleichen, und werden auch Menschen, die immer Macht ausgeübt haben, werden vielleicht auch mal merken, ja, wie ist es, wenn sich das plötzlich kippt, und so, ne, und natürlich, äh, wollen wir keinem Menschen was Schlechtes wünschen, aber was wir uns alle wünschen wollen, ist, glaube ich, dass ich, äh, dass Dinge ins Fließen kommen, und dass wir miteinander, also, dass wir miteinander reden, nicht versuchen, andere völlig offensichtlich übers Ohr zu hauen, oder irgendwie sowas, oder, und auch, äh, das fand ich bei dieser, fand ihr mal nachgegängigen, GameStop-Hedgefonds, äh, Sache auch lustig, also diese Doppelstandards, ne, also Hedgefonds wird dann erlaubt, irgendwie alle möglichen Firmen aufzunehmen, weil wenn dann sich so Privatanleger, müsst ihr echt mal lesen, äh, zusammentummeln, und selber eine Riesenmacht bilden, dann wird auf einmal der Handel ausgesetzt, und, also, ja, aber gut, das, aber auch da sind ja schwierige Gerichte dran, und, also, also, und ich, äh, kann auch nur, also, das ist auch wirklich eine Hoffnung, die ich hab, ich find ja manchmal auch, was so alles in der Politik passiert, ja, Hede Witzka, also, da, vielleicht kann man doch so ein bisschen hoffen auf die dritte Macht, also, ich find die vierte Macht, ist ja auch ziemlich ausgefallen mit der Presse, aber egal, ähm, das, aber gut, äh, ja, aber da kann man wirklich drauf hoffen, dass da mal auch, vielleicht auch mal Sachen korrigiert werden, so, die einfach nicht, äh, gut laufen, und, also, da hab ich doch eine Menge Vertrauen noch, so, in das System an dieser Stelle, aber geil, ich bin, komm wieder ab vom Thema, ähm, und, ähm, ach, es ist einfach haarsträubend, also, meine Eltern wollen sich impfen lassen, also, was in Nordrhein-Westfalen, ey, sollen da Senioren, sollen, äh, sollen irgendwie, irgendwie irgendwas, irgendwas runterladen von der Webseite, äh, dann brauchen sie ein Handy, dann kriegen sie per Handy, per SMS einen Code, dann soll da wieder eingegeben werden, man denkt echt, man ist in einem fucking Entwicklungsland, dann, äh, ich, dann werden wir, obwohl das, man Monate das weiß, werden diese Hotlines nicht eingerichtet, aber egal, ich komme wieder ab vom Thema, ähm, also, es ist, ich finde die Welt ist, also, ich weiß nicht, ob es auch so geht, ich finde die Welt ist völlig aus dem Fugen, völlig aus dem Fugen, wirklich, aber auch das, ey, es tritt ja auch keiner mehr zurück, es, was Leute so machen, was dieser Scheuer gemacht hat, ey, diese 1000, dieser Verkehrsminister, es tritt auch keiner mehr zurück, es ist einfach, ja, ist so, und zack, geht die, geht die Party weiter, aber egal, ähm, also, ähm, bin ich wieder abgekommen vom Thema, ich finde das einfach alles so crazy, ey, das ist jetzt heute mal so ein Video, ähm, ja, also, wir brauchen einfach eine gewisse Flexibilität, also, und die merkt man ja auch, dass die, auch bei den Themen, die wir jetzt gerade offensichtlich haben in Deutschland, brauchen wir auch eine Flexibilität, man kann nicht einfach sagen, es gibt diese eine Wahrheit irgendwie, und die wird durchgeballert, ne, gegen die Köpfe von allen anderen, und, ähm, ja, und, ähm, ja, das ist, ähm, also, äh, ja, ich hoffe, dass das, ähm, ja, dass jetzt, dass dieser, dieser Trend dahingeht, dass sich das alles, äh, ein bisschen mehr, ähm, ausgleicht wieder so, ne, was wir natürlich auch nicht wollen, ist andere, also, wenn wir vielleicht immer uns als Opfer gefühlt haben, wir wollen aber auch nicht auf diese Täterseite gehen, und dann nur, weil wir vielleicht mal, weiß ich, Dinge ausgleichen, und wir dann plötzlich mehr Macht kriegen, so, jetzt machen wir die anderen fertig, das ist auch nicht richtig so, ne, das ist auch nicht richtig, aber, ähm, ja, ich glaube, es ist, also, in Beziehungen, und Beziehungen sind ja auch nicht nur Liebesbeziehungen, ist wirklich, glaube ich, gut, wenn wir gucken, äh, wo ist so die Mitte, ne, wo sind wir nicht zu hart, nicht so wie Stahl, aber auch nicht so wie, äh, weiß nicht, wie Wasserstoffgas, irgendwie unsichtbar und komplett beweglich und flüchtig, äh, also, wir brauchen so eine, so eine, ja, Pudding-Konsistenz, sag ich mal, oder vielleicht, äh, eine, eine Müsli-Konsistenz, die schon eine Struktur hat, aber eben sich auch bewegen kann, fließen kann, ähm, ja, das ist, glaube ich, ähm, eine gute Sache, und dann hoffen wir mal, dass 2021, besser wird, also, ich habe auch noch mal, letzten Tage auch noch mal ein bisschen Revue passieren lassen, 2020, ey, was, Alter, ey, was war das für ein Jahr, was war das für ein Jahr, echt, also, out of order, wirklich, äh, das ist, naja, hab genug gesagt, in diesem Sinne, wir werden uns bald wieder sehen. Wir werden uns bald wieder sehen. Vielen Dank.